Einen wunderschönen guten Tag auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein ganz kurzes Statement Video. Herzlichen Dank dafür, dass ich 73 bis jetzt Abonnenten jetzt habe. Und macht weiter so Leute. Ehre Mann, Ehre Mann, sage ich nur Ehre Mann. Ich lasse mir auf jeden Fall was einfallen. Vielleicht dürft ihr bei mir dann demnächst mal auf Fortnite mitspielen über die PS4. Wie gesagt, die ist relativ neu. Ich werde mal was da machen. Ich werde mir da noch eine Accountantummer aufmachen und dann können wir da ganz gemütlich drüber zocken. Also extra nur für euch werde ich das machen. Weil mein Mazzana-Ding ist da, das ist mein Privater. Und der sollte eigentlich für die Livestreams und sowas nur sein. Und ja, wenn wir mal zusammen zocken, dann kommt ein neuer Account. Da werde ich ja nichts drin haben. Aber es macht nichts. Wir werden dann schön zusammen zocken mal. Ich werde euch das alles bekannt geben auf Facebook und Instagram. Also Instagram, so heißt es ja richtig. Werde ich dann das euch bekannt geben. Und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Wenn du bist bekannt, grüße ich dich. Aber du weißt, wie du meinst.